Tiny Chris, wenn du mich irgendwie von hinten, von vorne oder von deiner Seite umbringst, ich sage dir, dann schrei ich dir die Ohren. So, gebe. Entschuldigung. So, wer hat sich jetzt noch alles gegen mich verschworen? Mr. Deutscher, bist du wenigstens in meinem Team? Ich bin in deinem Team, ja. Warum? Okay, warte. Ah, ich sehe das. Wenn er im Gegenderteam wäre, dann hätte ich ja wenigstens noch eine Schu... Tiny Chris, du bist. Wie er schon wieder einen Vorsprung hat von 50 Jahren, Alter. Scheiß Fensterkacke, Alter, geh weg. Scheiß Fensterkacke. Oh, Lord Radical, ja, genau. Ich bin jetzt auch radikal. Ich bin hier ein bisschen in der Zierglas, wo meinst du das so? Stop, du cheat, Tiny Chris, Wallhack. Ja, richtig. Siehst du mal. Endlich, sag mir jemand, die Wahrheit. Na! Alter, du Team-Kill-Wig... Hast du keine blauen Augen im Kopf, oder was? Das gibt's ja nicht. Er ist nicht da. Oh. So, endlich, endlich, endlich. Jetzt geht's nicht los. Oh, das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Ey, das ist doch unglaublich, weißt du? Jetzt irgendwie wir hier... Ja, da bist du mal reingelaufen, tut mir leid. Machst du, bist du nur Werbung für deinen Kanal, komm. Nee, ich hab keinen Kanal. Hilfe! Äh! Oh, guck mal, das war ja mal ein Zuf... Das war ja echt, das war ja wirklich jetzt mal... Also, das war ja mal... Ey, das war ja... Also, das war ja schon... Also, scheiße. Also, langsam fällt's auf, wirklich. Also, langsam... Ich hab da so'n Aim-Bot an, der nur dich sieht. Ein Flup-Bot? Ja, genau. Ach, mein Pinkel schuldet sich. Scheiße. Stört. Hilfe! Ja, ich sag doch, ich hab das Ding an. Soll's irgendwie hier gerade... Weißt du nicht? Ich meine... Weißt du? Ja. Ich springe gleich vom Hochhaus runter. Nein. Ach, ich findest das lustig. Nein. Nein. Tiny Wichs, Alter. Hilfe! Jetzt ist der schon fast vorbei, wie der zu Ende ist. Ja, komm, Alter, du beschwer dich nochmal, weißt du? Ja. Oh Gott, nein! Nein, tut mir leid! Alter. Ja, so, gut. Punished! Ja. Ein Glück, ich war gerade gestorben. Warte mal, das ist jetzt zu Ende, ne? Dann springe ich jetzt noch vom Haus. TIRANIMO! TIRANIMO! Ja. Ey, Gunmas hat aber auch scheiß Waffen ausgesucht. Wie kann man mit der Magnum schießen? Ey, man drückt einfach ab wie bei den anderen Waffen. Ja, ist mir klar, aber das ist behindert. Das ist schwer. Ey, ich suche ja dich, also, das ist... Oh, wie hängt er denn hier rum? Ah! Ah! Mann! Wie denkst du uns, dass der Satsuki-Bild ne Weile schon nicht mehr... Oh! Das ist doch unmöglich. Warum hast du mich nicht gemessert, Mann? Das wäre toll gewesen fürs Video. Also, fürs Video, aber nicht für dich am Ende. Ja. Wie wichtig die Gepäe, die ich noch brauchen kann? Hm. Hm. Oh, Soaster für die Dörner und sich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Komm, andere Runde noch. Wir sind die Supersuchtis auf YouTube-Derb am Start. Wir sind nicht nur auf YouTube, sondern auch noch auf Facebook. Okay, worauf wartest du? Let's take a look. Die Supersuchtis Facebook. Sei dabei. Oh ja. Hahaha! Hahaha! Haha! karş